Ein warmes Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnab.de, Ihrem Online-Outlet für Marken-Relax-Sessel. Heute wieder ein Hukla-Sessel, Ergo Concept EC19030. Ganz einfacher Name, zweimotorisch, Medium, jetzt mal bezogen in Mikrofaser, Deluxe Schoko, Deluxe, okay, es ist eine ganz normale Mikrofaser, aber fühlt sich gut an. Okay, Pflegeeigenschaften wahrscheinlich hervorragend. Gut, ja, ich bin halt ein Fan von Ledersesseln, aber wer kein Leder will, da ist das eine Alternative. Hier ist die Fernbedienung mit sechs Tasten, unten die zwei Schnelltasten. Also ich drücke hier zum Beispiel auf die Rückstelltaste und beides geht gleichzeitig zurück. Fußteil rein, Rücken zurück, basta Ausgangsposition. Hier ist ein Magnet, finde ich auch gut, hebt auch gut. Hier habe ich dann noch eine Kopfteilverstellung mit Rasterbeschlag, was ich nicht so gut finde. Inzwischen gibt es Beschläge, die man aus jeder Position nach hinten drücken kann. Das ist noch der sogenannte alte Beschlag, da muss man immer vorne auslösen, dass man ihn strecken kann. Okay, Hukla kann auch noch was besser machen. Man kann hier, da zweimotorisch, Fußteil und Rücken separately verstellen, also getrennt voneinander. Jetzt mache ich nur das Fußteil und jetzt mache ich nur den Rücken. Fragen mich viele Leute, weil manche wollen nur die Beine hochlegen und manche wollen nur den Rücken absenken. Aber nicht beides, das geht nur mit einem zweimotorischen wie hier. Bequemlichkeit ist hoch. Diese Armlehne finde ich immer noch klasse. Ist einfach schick und wirkt modern und ist auch praktisch für die Armauflage. Die Länge passt für mich. Sehr schön ist hinten das Gefühl in dem Lendenwirbelbereich. Hier sitze ich gut. Ich bin jetzt ganz unten, also mehr Strecken können Sie bei Hukla nicht. Da ist Himmola manchmal etwas gestreckter. Zurück, Motor geht sehr schnell. Sitzgefühl ist so mittel, also nicht soft, nicht hart und hinten etwas softer. So mag ich es. Und das Kopfteil ist etwas vorne jetzt, sehen Sie. Deshalb sitze ich nicht gut. Ich sitze sogar relativ aufrecht. Jetzt sitze ich gut. Hier ist der Magnet, der hält bombenfest. Sessel um 360 Grad drehbar. Schöner Sessel. Schnäppchen aus Doppelbestellung haben wir bekommen für 1111 Euro plus Frachtkosten. Jo, abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und schauen Sie bei profischnapp.de slash Neuheiten rein, was wir heute Morgen und übermorgen, übermorgen nicht, sonntags nichts, aber sechsmal in der Woche frisch für Sie einstellen. Danke und Tschüss, Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de Wie Skollast Wie Skollast Wie skollast Wie Skollast